jetzt muss ich gerade wirklich nur zeit vergehen lassen eigentlich wir könnten die hasen mission machen wir könnten hasen jagen gehen 150 fleisch waren das ja ich glaube das ist ein deal gehen wir hasen jagen monzen gott segne dich was kann ich für dich tun was spielst du exo ruby de gewinnt handel verkaufen nein ich habe es nicht im inventar da moment stehen bleiben schluck auf verkaufen waffen 37 dafür dass der nächste den ich mir bei ihm kaufen möchte 800 kostet ist das echt wenig runde gewinnt das kartenspiel nütze ach so heißt es nicht quennt also mit e gewinnt so gewinnt gesprochen vielleicht weiß ich gar nicht was sonstiges aber fälle hätte ich noch mal die gewichter doch immer zum gerber ja gut dann waren kopf heilschen besprechen ja 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 so so naja holen wir uns ein paar innereien die wir schon verkaufen können obwohl ja von hasen die innereien die bringen kein geld aber die pelze die bringen geld ach was habe ich nicht bedacht hasen treffen ist schwieriger obwohl ne stimmt nicht wir können sie umrennen und dann drauf hauen das hat man doch auch schon äh frunge moment dann erstmal zum wirtshaus Entschuldigung so ei da so moin ähm nein ich wollte nicht die tür schließen ich wollte sie aufmachen ich wusste nicht dass sie schon auf ist aus reflection auf e gedrückt so essen 75 da geht sogar mal ein bisschen was da kommt hier per wir gehen eh gleich jagen so dann hä sagt er auf nach thallenberg nicht ganz wir gehen zur schenke in der weidwiese von dort aus machen ich fühle mich ein bisschen verfolgt schock von dort aus machen wir uns manuell auf dem weg nach thallenberg und jagen die hasen und egal okay bernd her hallöchen grüß dich ein jahr älter als ich danke für dein follow also vorausgesetzt das 1988 geilt deinem geburtsjahr äh hase kann ich vergessen hase kann man vergessen es ist jetzt schon so spät hier bis wir das bis wir das fleisch zusammen haben ist der kamera schon wieder am feierabend obwohl bis zum nächsten morgen reicht das ich könnte auch bis sonnenuntergang jagen sozusagen ja ich höre die musik und muss wieder an den pater denken wer bist du eigentlich und warum stehst du hier vorne alte dirne beste grüße wie kann ich dienen was warst du hier wartest du auf jemanden nicht mehr junger man ich hab auf dich gewartet du scheinst mir ein schlauer bursche zu sein und galant noch dazu bestimmt eilst du ne jungfrau in not zur hilfe oder wieso kennst du etwa eine na na hübscher sei nicht frech ich hab Arbeit für dich im wirtshaus hockt so ein alter opa gestern hat er meine dienste in anspruch genommen und versprochen mich heute morgen zu bezahlen nur behauptet er jetzt mich nicht zu kennen ich möchte dass du dafür sorgst dass seine schulden in meiner tasche landen was springt für mich dabei rum und was habe ich davon ich geb dir die hälfte von dem was du ihm abknöpfst ist nicht viel aber mehr als ich in letzter zeit gesehen hab bin dabei ich helfe dir ich bin im nu mit deinem geld zurück möge Gott über dich wachen streit provozieren faustkampf erledigt alter opa sagt sie ja wirklich drin oder hier draußen die sind ah er hier nee der auch nicht dann drin andreas nix persönliches geht ums geschäft ich wollte gerade fragen warum träge ich da keine schuhe ja die habe ich schon verkauft die haben wir ihm doch ausgezogen als ich ihn bewusstlos gemacht habe der Gott schenke dir Gesundheit nee welchen alten Opa meint die 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 werden was und das zu flessen ich ich und das ich 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 Ja, hier. Aber mit dem kann ich nicht reden. Hm. 2 und Error. Oh, verschlechtert. Und alle laufen weg. Neuladen. Hey, können Matthäus und Fritz eigentlich fragen, die Steppe? Nee, nee, Andreas nicht. Andreas ist kein alter Sack. Das ist der Typ hier. Matthäus? Dir fällt doch immer was ein. Hi. Ah, jetzt könnte ich jetzt nach Prima-Slavitz holen. Fällt mir rein, ne? Okay. Hey, ich habe da etwas in Prima-Slavitz laufen, aber es gibt Probleme und... Tut mir leid, Heinrich, alter Freund. Immer noch nicht? Aber ich habe... Mist. Mist, 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 Mist. Ich glaube, es gibt wirklich einen Taschendiebstahl. Alles Gute. Wir fragen den, der die Sachen genauso gerne löst wie ich. Witz. Na, du Lump? Geht auch nicht. Willst du mitkommen? Ich brauche etwas. Der Vogt, hm? Nun, der... Schade. Ich wollte mich setzen. Lassen Sie mich in Ruhe. Achso. Ihre Hitbox liegt jetzt darüber. So. Freundchen. Dafür hast du also Geld, ja? Hättest du davon, die Töne zu bezahlen. Was trinkst du denn da? Hier, wohlgekommen. Sag mal, Jungs, wisst ihr eigentlich, dass man bei so einer geselligen Runde auch miteinander redet? Meiner nur. Und wenn wir ehrlich sind, am helllichen Tage die Öllampe... Ich weiß, das ist doch kein... Ist doch kein Thema bei euch, aber... Glaub mir, ein paar hundert Jahre ist das ein Thema. Auf gute Gesundheit. Er kann also doch sprechen, ja? Eine Mahlzeit zu meinem Bier, bitte. Oh, Quatsch, ein Tast. Gut. Hat die eine Idee, wie ich das lösen könnte, das Problem? Ohne, dass ich gleich wieder als Verbrecher da stehe. Wow, ich kann sie nur bestehen. Ja, gut, also, ähm, nein. Ich mag dieses Taschendiebstahl-Ding überhaupt nicht. Ist das eine neue Art Spiel? Mir ist was runtergefallen, Entschuldigung. Wir haben ja gespeichert. Mach mir das mit dem Rauchen nicht nach. Sowieso ungesund und teuer. Und ich hab extra Emote dafür. Guten Morgen, Pettichin. Immer noch und, und schon wieder eigentlich. Also vor drei Stunden ist mir Twitch abgeschmiert. Und dann kam das Bild zwar wieder, aber ich hatte keinen Ton mehr. Also musste ich kurz den Stream unterbrechen. Also ich hab kurz den Stream aus und wieder den Stream angemacht. Es ist 8 Uhr morgen, scheiße. Also fast 8 Uhr. Hab ich die Warnung gegeben? Nicht rauchen, weil ungesund, teuer, extra Emote? Wenn nicht, hab ich's nochmal gemacht, jetzt. Okay, er sitzt immer noch da. Wir warten nochmal eine Stunde. Zabf mir eins. Danke, Exo. Ja, Pettichin. Wir haben jetzt ein Geschäft gebaut. Mhm. Und eine Brücke und eine Straße. Und zwei Jagdquests erledigt. Und jetzt bin ich grad hier an der Quest dran, dass ich ihm sein Geld abnehmen soll, was eigentlich der Dürnere am Eingang gehört. Die Verdienung ist heute ein bisschen tranig. Ich kann nicht mit ihm reden. Also hoffe ich jetzt, dass er hier noch schlafen geht. Dass ich ihm das aus der Tasche ziehen kann, nachdem ich ihn ohnmächtig gemacht hab. War super spontan heute mit der Nacht durchmachen normalerweise. Also ich hatte meinen toten Punkt kurzzeitig gehabt. Ah, Moment, er ist weg. Ich hatte kurzzeitig einen toten Punkt, wo ich müde war und unkonzentriert. Wollte dann eigentlich ein Feierabend machen, aber kurz danach wieder fit. So ein Stündchen danach wieder fit und hab dann doch weitergemacht. Ach, lass mich durch, Matthäus. Mann. Äh. Ähm. Fritz! Ich werde hier geschubst. Ich kann nichts dafür. Ich bin wieder raus. Bist du taub? Was ist mit den Türen los? Ich dachte, die Tür sind nicht mehr öffnen. Ja, mach dir erstmal einen Tee. Wo ist der alte Sack jetzt hin? Hier geht gar nicht mehr die Tür. Hi. Geh schlafen, Fritz. Alles okay. Geht, Ben. Ach, Mensch, Fritz, du gehst auf, Ben. Pass doch auf. So, werde ich hier, Matthäus, wa? Ja, okay. Teilen sich ein Zimmer. Wo ist der alte Sack jetzt hin? Hier steht einfach niemand. Oh, noch eine Kiste. Ich glaube, da ist was erbackt. Mit der Tür. Wir haben ja vorher gespeichert. Da ist er das? Nee. War er mit einem Schlafhemd und so, dachte ich jetzt. Schönen Scheiße. Okay. Uncool. Moment, der geht weg? Shit. Er geht weg. Okay. Ich dachte, der pennt hier. Ah. Dann kann ich hier am Weg gehen. Umhauen. Nur betäuben, nicht töten. Also, neuer Versuch, Jungs, ja? Warten wir hier bis Zapfenstreich 21 Uhr ungefähr? Ich glaube, 21 Uhr war das. Weil ich fünf Stunden gewartet habe, saß er noch da. Übrigens, Werbung beginnt in zweieinhalb Minuten. Also nicht erschrecken, wenn ein lauter Clip kommt. Alles klar, Exo. Bis später mal. Irgendwann. Hoffentlich nicht mehr heute. Für mich hoffentlich. Nicht wegen dir, sondern weil... Lange wach und so. Gleich die zwölf Stunden voll. Ein Bier. Bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Quatsch. Wie lang soll ich noch? Halbe Stunde warten bis 22 Uhr. So. Hier drüben. Ein Bier bitte. Ist doch 23 Uhr? Vielleicht? Eventuell? Er ist weg. Er läuft da vorne. Hab mal aus der Entfernung schon gesehen. Ja, das ist er doch. Na dann. Umhauen. So. Keiner hat es gesehen. Keine Rufverschlechterung. Einlassen. Geld aus der Tasche. Börse mit Münzen. Kommt die Zipperring nämlich auch noch. Unschüssel, Türschüssel. Könnte später wichtig sein. Fertig. Macht ein Dickerchen. Genau. So. Steht sie da? Natürlich nicht. Man. Wo ist denn die jetzt? Die Alte. Die läuft auch irgendwo lang. Ja. Die geht gerade. Ja schön. Die ist hier drin. Loll. Echt jetzt? Komme ich da hoch? Nee. Ach, die schläft hier bei den Schweinen oder was? Tatsache. Guten Morgen. Geh. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Dann schlafe ich jetzt. Kriege ich auch wieder Gesundheit dazu? So. So. Betriebsbeginn. Nee. Betriebsbeginn. Ist eine Stunde später. Egal. Oh. Bei deinem Bett. Entschuldigung. Dann nehme ich das. Nein. Darf ich auch nicht. Sauerei. Lass mich doch schlafen, Jungs. Ich bin müde. Okay. Ich bin müde. Oh. Sie steht. Sie ist aufgestanden. Guten Morgen. Nee, es ist ein Schrank, Maid. Was zum? Ja, ähm. Ich würde gerne mal schlafen. So. Hier. Oder? No. Die bist doch nicht. Was? Nein. Und wie fährt mir das Internet ständig aus? Das war natürlich ärgerlich, Kafka. Energie 85. Da noch den ersten Tag vor mir mit Jagen. Und dann hoffentlich endlich mal. Langsam aber sicher. Werden die Sachen verkaufbar? Gut. 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 Keine 8000, aber ein Anfang. Oh, das gibt es doch nicht. Ist okay. Ich probiere seine Taverne. Wenn ich da jetzt auch wieder rausgeschmissen werde, setze ich mich in den Gastraum und versuche da zu schlafen. Äh, nicht schlafen. Zu warten. So. Tür. Nicht verschlossen. Nicht verboten. Warte, ich mach die Tür zu. So. Es geht ja noch mal kurz Schlösser knacken. Auch wenn ich der Meinung war, ich hatte die schon mal geknackt, die Küste. Offensichtlich doch nicht. So. Gute Nacht. Und ich zeige jedes Mal zwei Groschen. Ne, man kann ja auch erwischt werden, ne? Zumindest in anderen Wilshäusern war es oft so. Aber immer noch schade, dass man Fritz und Matthäus nicht ins Dorf holen konnte. Aber wer weiß, vielleicht haben die doch eine wichtige Aufgabe vor sich. Ohne, dass sie es jetzt schon wissen. Von der Story her, ne? So, schauen wir mal, ob die Dame endlich aufgestanden ist. Ja, ist sie. Sehr gut. Langsam. Gut. Alles gut, danke und selbst. Grüß Gott. So. Ich habe dein Geld. Obwohl es mich zugegebenermaßen nicht mit Stolz erfüllt, einen Kerl zu erleichtern, der auch nicht reicher aussieht als du. Tausend Dank. Hier, behalte die Hälfte. Zehn Groschen. Ich gehe... Ich gehe jagen. Da ist weit. Wir gehen jagen. Moment. Äh... Ne, wir gehen nicht hier jagen. Wir gehen Richtung Timeberg jagen. Welches wiederum... Das blaue A ist... Ah, brauche ich mir gar nicht markieren, siehst du? Gut. Dann... Wurstung ablegen. Ne. Da. Zack, 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 zack. Ja, zack, zack, zack. Zack, zack. Oh, geklappt hat... Geliehener. Silberring. Das auch noch weg. Dann zack und zack. So. Ogen raus. Grüß Gott. Mein Ruf verschlechtert? Dein Ernst? Ich bin Jägermeister. Was macht Jägermeister? Jagen. Womit? Feier und Bogen. Boah. Lecko mio, ey. Wie so einem alten Klacker, weißt du? Jebst doch nicht. Das ist gemein, sowas. Es ist nicht mal eine Ortschaft. Mann. Sauerei. Sag mal, ich grab echt so ein Talent mit Wilderer lagern, oder? Obwohl, nee, das muss nicht Wilderer sein. Das könnte doch... Dass hier Leute Party gemacht haben, ne? So ein bisschen. Eventuell. Mensch, glüht sogar noch. Raucht nicht mehr, aber glüht noch. Hm. Geht weiter durch den Teilenberg und jeden Hasen, den wir sehen, mitnehmen. Mensch, schießt du. Äh. Da. Mit dir können wir jetzt sehr schön Hasen jagen. Stimmt, aber jetzt gill ich ja auch jagen, wenn er die erlegt. Schuh ja voll vergessen, ne? Was seid ihr? Oh, die sind nur Deko, schade. Ach, warte mal. Er hat sie wieder vergessen anzuziehen. Wo sind sie hin? Da sind sie. So. Da hat er wenigstens Schuhe an. Muss er nicht barfuß durch den Wald latschen. So. Wollen wir mal schauen, ob und wo hier Hasen rumhoppeln. Ähm. Ich wollte eigentlich auch den Baum, aber okay. Gut, geht nicht. Oh, wie schön schnell er auf einmal läuft, wenn er kaum was anhat, ne? Ein wilderer mal wieder. Weiter nimmst du auch vorbei. Köter, geh zur Seite. Dieser Köter, ne? Ach, du Scheiße. Mann, Köter, geh weg da. Alles klar. Zieh da ein Schwert. Ja. Ich glaube nicht, Tim. Köter? So. Mann, Köter. Gibt's doch nicht. Achso, Klanstoß natürlich. Ist Verbrecher und so. So, die ersten 100 Hasenfleisch. Ne, haben wir nicht. Ein Hasenfleisch. Wow. Aber Dörfleisch für Hund, gar nicht mehr so schlecht. Ne, Dörfleisch für mich, Hasenfleisch für ihn. Rindfleisch. Die Pfeile nehme ich ihm sehr gerne ab. Die gelten ja auch nicht als gestohlen. Das hatten wir ja schon mal, das Thema, ne? So, hast du noch eine Kiste für mich? Hase. Was? Bam! Hahaha. Er ist so ein guter, ne? Ja, bring her. Komm her. Haben ihn gemacht. Bravo, Junge. Ja. Gleiches Stück Hase ab. Warte, hier füttern. Hier ein Stück Hase. Oh, geht doch, hat es gestohlen? Ups. Na gut. So, plündern. 28. Ja. Ja, jetzt nehmen wir. In den Reihen bringen bei dem Hasen eigentlich wirklich gar nichts. Oder ich habe noch nicht die richtige Stelle gefunden. Hirschnee. Ich muss erst mal den Platz frei halten für Hase. Was haben wir hier noch? Bambi, wa? Bin rein und rede, dann nehme ich mit. So, warte, Hirsch. Warte, wirklich nur Hirsch, okay. Na gut. Aber wo ein Hase? Meistens auch zwei. Was hast du eigentlich für eine Waffe gehabt? Und wo liegt sie? Liegt unter ihm. Ah, Hitbox. Höter, weg da. Ist eine Sax? Nee, die bringt so gut wie nichts. Oh. Falsch gedrückt, Entschuldigung. Nee, dann, wie gesagt, für ein Hase meist mehrere. Wir brauchen 150 Fleisch. Ja, da hinten ist einer. Oh, blaue Blümchen. Warte, 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 warte. Zu mir. Ja. Ganz vernaut. Rechts sehe ich schon den nächsten Hasen. Auf der Entfernung. Kleines Ziel. Wow, zu kurz geschossen. Hund, geh weg. Hund, geh weg. Hund, geh weg. Wie sagt die mich? Höter! Ey. Dass sie sich immer den Weg stellen muss. König da? Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Hatte fein gemacht. Ja. So. Oh. Dumpfbacke. So, blaue Blümchen. Was ist das? Kann man die mitnehmen? Sind die selten? Sind sie wertvoll? Sie sind Deko. Das sind blaue Blümchen. Was machen sie? Sie sind blau. Das. Ah ja. Ortschaft. Stimmt. Okay. So. Hase. Hase, komm zurück. Hase, wir haben was zu klären. Ah, wirklich Kleinwildjagd ist nicht mein Thema. Dann lieber Hirsche und Rehe und Wildschweine. Die treffe ich viel leichter. Manchmal auch Menschen, wenn sie nahe nur dran sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mendo. Hm. Aber eine Tollkirsche habe ich bis jetzt echt nur einmal gefunden im Wald, ne? Da ist ein Hase. Aber gut, wir sind doch gerade im Mischweid. Das ist kein reiner Laubweid. Kann ja auch wieder da ran liegen, ne? Hast du den erwischt? Ja. So, wie immer loben. Na dann, Kaffee. Mach mal Frühstück. Und danke. Dir auch noch ein schönes Wochenende. So. Pelzer. Gut. 84. Ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt. Und vor allem, wir haben das Wasser. Wir haben noch fast den halben Tag Zeit. Um es abzuliefern. Und ich hoffe so sehr, dass das jetzt richtig Zaster bringt. Und die Pelze können wir ja auch regulär und legal bei einer Gerberei verkaufen. Zusammen mit den anderen, die mittlerweile auch legal geworden sind. Und dann können wir wieder ein, zwei Bögen verkaufen. Waffen verkaufen. Das bringt dann nochmal ordentlich Zaster ein. Aber ich denke, wenn wir das dann gemacht haben, dann mache ich langsam wirklich Feierabend. Leute, mir brennen gerade echt die Augen. Jetzt kommt so richtig der Schlag nochmal so dieses richtige Tief an Müdigkeit. Aber ich will wenigstens noch einen schönen Abschluss machen heute. So, dass wir beim nächsten Mal nicht mehr die vollen 8000 verdienen müssen. Oder sogar mehr als 8000. Wir brauchen heute das Baumaterial. Aber das hat sich nicht mehr verdienen müssen, sondern... Das würde ich daran machen können, dass die Schenke gebaut wird. In der ich im Übrigen auch wieder Fleisch verkaufen kann. Hörter, langsam nervt's. Dass es sich mir immer in den Weg stellt. Also das muss echt nicht sein. Sowohl beim Zielen, als auch beim Laufen. Er hat den Befehl, lauf frei. Er macht aber bei Fuß gefühlt. Der Feierabend hat er dir auf die Himmel gegönnt. Danke dir, Bombeer. Aber erst mal gucken, wie lange der Bums jetzt hier noch dauert, ne? Die Hasen lassen schon wieder auf sich warten. Sagt er und sieht einen auf der Entfernung. Also Köter ist der bessere Feier auf jeden Fall. Auf Distanz. So, viel Spaß. Oh. Ah, hat noch erwischt. Die Fügel sind aufgeschreckt. Das heißt, alle anderen Hasen sind sogar weggerannt. Das hast du fein gemacht. Ja. Gespräch beenden. Jetzt läuft mich noch in die Beute ran. Danke. 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 112 sind das jetzt. Na, ich hab gut geschätzt mit circa sechs Hasen, ne? So, Embrero. Guten Morgen. Für dich. Für mich ist noch Abend. War noch nicht geschlafen. Und offiziell nur eine Sekunde lang aufgehört zu streamen. Ah, ich hab spontan zwei Stunden zu streamen rausgemacht. Weil ich konnte schon wieder nicht aufhören. Ich sehe schon kommen, gleich kommen die Moderatoren zurück. Weil die auch langsam alle aufstehen und sagen, hä? Ist der immer noch live? Hatte ich vergessen, offline zu gehen? Muss ich eine Anrufung und die sagen, ey, mach mal das Team aus? Schon wieder keine Hasen. Brauch noch zwei. Mindestens. Ne. Mindestens ein Unge... Gib mir deine Le... Gib mir deine Leber. Okay. Dann nicht. Wie viel Platz habe ich noch? Ne. Aber ich hab Jan gelevelt. War Spezialisierung oder ohne? Mit. Sehr geil. Trophäen, Zähne. Oder eingesalzen. Ich nehm eingesalzen, ja. Damit die Sachen länger halten. Das heißt jetzt bei Hasenfleisch und Drehnieren... HyperCut 1. HyperCut 1. Wahrscheinlich ist es nur bei neuen Sachen, wa? Aber, warte mal. Ist hier überhaupt Wildschweinjagdgebiet? Ne, das war hier oben. Also, die Karte muss echt mal aktualisiert, ey. Ah. Für die Steam-Länge schaust du noch sehr frisch aus. Liegt da an, dass ich immer Augenringe habe. Man sieht keinen Unterschied. Ich hab einfach immer Augenringe. Ich hab auch selten ne richtig erholsame Tiefschlafphase. Was auf den meisten Sachen liegt, dass ich wirklich nur Gülle träume. Obwohl, nicht nur. Es gibt seltene Nächte, da hab ich mal schöne Träume. Aber ansonsten... Verwirrend, idiotisch, schockierend. Also, eigentlich ich im Traum. Ah, haut hin. Oh, warte. Rote Blüten? Äh, ne. Doch nicht. Warte. Ob das ein Baumstamm? Mann. Nur noch ein paar Hasis. Ich hoffe, schleichen. Aber echt gut zu wissen, dass es Wildschweine auch dort gibt, wo nicht Wildschwein ein Jagdgebiet ist, ne? Umrand erwähnt. Macht Spaß, einfach so rumzubellen. Hm. Ich bin gleich aus dem Wald raus. Jo. Ich laufe auch vorhin in die falsche Richtung. Jo. Aber gut. War ja auch mehr oder weniger absichtlich im Kreis... Äh, am im Kreisrennen. Weil Hasengebiet und so. Ab im Hasengebiet. Rein gemacht. Ja. Ganz fein. Pünner. 28. Hasenpelz. Einer fehlt noch. Genau 10 Hasenfleisch fehlen noch. Schön blöd. Was ich aber sagen muss. Hier ist die Dichte der Hasen deutlich geringer als in anderen Wäldern, wo er teilweise... Wirklich ziemlich hungrig. Wo er teilweise schon nachdem er losgesprintet ist, einen Hasen zu erlegen, direkt schon den nächsten erlegt. Und das hast du gut gemacht, mein Lieber. Feiner Hund. Oh, bei dir auch, Neo? Beim Kafka auch. Nee, noch nichts gehört zum Prero. Noch nichts. Genauso wie alle anderen auch, also... Ich denke, das wird ein paar Jährchen dauern, bis sie da mehrere... also mehr Infos rausgeben. Und ich kriege ja dieselben Infos wie ihr, nur bei der Presse. Ich bin ja nicht mit den Leutchen in Kontakt. Ah, nein. Anders. Pinky. Auf auf den Gaul. Eilbogen weg. Rüstung wieder an. So, so. Ja? Robby müde. So langsam. Timeback. Sehr gut. Kriegen wir das noch abgeliefert und das restliche am Fleisch... Habe ich gleich in den Top. Bordet durch. Esst davon Teil selbst. Außer am Topf liegt wieder was Neues drin. Dann kann ich es mich direkt bei der Köchin davor verkaufen. Also die Köchin, die davor steht. Und... Ich glaube, ich hatte da irgendwie noch eine Innereie oder so. Soll ich den Bogen weglegen, habe ich gesagt. Sag es doch mal. So. Einen oder zwei Innereien hatte ich noch vom Hirsch, ne? Schönen guten Tag, die Herrschaften. Ein Hauch von Müdigkeit, ja. Oder auch ein Hauch von Schicksal. Mal gucken. Ich darf wieder was drehen. Essen. Danke, tschüss. Auf zum Kamera. Oh, er ist da, gut. Ist immer so dunkel in seiner Ecke. Ich weiß gar nicht, wie er das schreiben kann ohne Kerze. Ich könnte da nicht schreiben, ganz ehrlich. Unterschiedliche Haltbarkeit, ja, verständlich. Geben wir ihm zuerst das. Und dann hiervon auch den Rest. Ach so. Bestimmt, ich habe ja mehr. Ich dachte irgendwie, ich habe 160 jetzt. Aber nö, es sind einfach mehr. Umso besser. Bestätigen. Hm. Nein. Ich habe keine Belohnung. Hör gut zu. Herr Dewish hat aufgrund der neuerlichen Ereignisse entschieden, die Vorratskammer der Burg aufzustocken. Aber die Bauern können nicht mehr liefern und die Händler fürchten sich vor den Straßen, weshalb er beschloss, sie mit Wild zu befüllen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gott sei mit dir. Wildschweinfleisch. Das wiederum schreit nach einer größeren Belohnung. Dass es jetzt hierfür, also ab jetzt hoffentlich nicht mehr nur 250 Groschen gibt, sondern deutlich mehr. Ja. Er schreit wirklich danach. Komm gleich wieder. Will was testen. Wenn ich das Fleisch koche. Es ist ja länger alt. Apropos. Falsche. Es steht immer noch einen Tag da. Hält länger. Steht nicht da, wie lange. Wahrscheinlich nur 10% oder sowas, oder? So, Moment. Quatsch. Ich will kochen. Lassen Sie mich bitte kurz mal da... Ach hier. Beidesartig, ja. So. Kochen. So. Ich will nur mal testen, ob er auch gekochtes nimmt. Oder ob es immer roh sein muss. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. 15.30 Uhr. Und er macht Feierabend? Dein Ernst? 15.30 Uhr. Der sitzt nicht vor 10 am Tisch. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Ja, dich. Ich will mir was... Ich wege auf die Scheiße. Obwohl, welche könnte ich selbst davon essen? Ich könnte ein bisschen was davon vertragen. Ach, Dörfleisch habe ich auch noch. Äh... E gedrückt halten. Und die Fluxsalbe kommt gefälligst endlich wieder ins Inventar. Die benutze ich nicht nochmal. War witzig? Ja? Bringt mir aber gar nichts. So, haben wir mal lecker eine reingegessen. Bekaufen wir den gekochten Hasenfleisch, was so gut wie kein Geld bringt. Irgendwann gleich zum Hirschfleisch. Aber das Gute ist, wir können die Sachen einzeln abgeben. Wir müssen nicht alles gleichzeitig haben. Beamter. Bekaufen. Hier, 0,7. Das bringt ja gar nichts hin. Aber hey, sie hat endlich wieder Knete. Hier kann ich dann jetzt von den Tieren, die wir erlegen, die ganzen in den Reihen bringen. Mhm. Das funktioniert wunderbar, das System. Das gefällt mir. Ich war ja anfangs skeptisch, ne? Weil ich da auch nicht so richtig durchgeblickt hatte. Danach habe ich ständig auf das falsche Vermögen geguckt. Nicht auf das des Händers, sondern auf meins. War auch sehr episch. Reden wir über den Preis. Nun. Gib mir alles, was du hast. Stand da nicht irgendwas von 37? Sind wir uns einig? Damit... Ja, 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 gleich. Körper, gleich. Siehst du, ich... Jetzt gehen wir noch... Willen wir das Zeugs verkaufen? Immer noch nicht alles durch, Mann. Guten Morgen, SGT. Immer noch. Und schon wieder. Aber nur, weil ich kurz für eine Sekunde den Stream unterbrechen musste. Technische Probleme. Von Twitch-Seiten her. Ist mir die Verbindung abgekackt. Und dann war das Bild zwar wieder da, aber kein Ton. Ich habe über das Streaming-Programm alles probiert, aber dann gedacht, okay, machst du kurz Streamen aus und wieder an. Und dann ging es wieder. In der Hoffnung, der Bums ist dann endlich mal legal, wenn ich da ankomme. BTF? Naja. Zwölf Stunden, was ist das schon? Der Einweggrill, der mich hier vorhin geradet hat. Auch ein sehr gutes Streamer, den ich sehr gerne gucke, wenn ich die Zeit dafür finde. Der hat 15 Stunden durchgezogen. Erst zwei Spiele und dann noch eine Quizshow, sozusagen. Auch so ein Bekloppter. Selbst wenn es jetzt legal ist, kriege ich es nicht verkauft, weil sie gleich zumachen. Natürlich. Ja, ja. Turnier machen wir noch. Keine Sorge. Du Irrer. Och, Güte. Zwölf Stunden Stream geht noch. Alles darüber hinaus wird schwierig. Denkst, was ich mal hatte, war 14 Stunden. Das war auf YouTube mein 1000-Abo-Special. Da habe ich GT3 gestreamt. Erst sechs Stunden Solo-Play und dann sechs Stunden Multiplayer zusammen mit Bisu Zimt, Luke, Mike und Marion Do. Und Cookie. Nee, Luke konnte nicht. Vielleicht doch. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir noch mal das schöne sechs Stunden Multiplayer gemacht. Und dann haben wir aber noch ein bisschen weiter gemacht und gequatscht und so weiter und so fort. Da hatte ich noch technische Probleme und so. War nämlich Heinrich Meier, der, ähm, Produsor noch mit vorbeigeschaut hat. Ja, natürlich zu. Äh, vorbeigeschaut hat und wir noch so ein bisschen quatschen wollten und da ist mir dabei sämtliche Sound-Settings aus den Crew geraten. Ich musste dann erstmal alles wieder neu fixen. Und am Ende des Streams wollte ich doch die Bekanntgabe machen, inwiefern ich jetzt vorhabe für 1000 Abos da halt meinen Special Dank zu machen. Also sprich das mit denen, dass ich in den Folgen immer am Anfang die Anmoderation mache, dass ich mich bei jemandem ein besonderes, äh, eigentlich besonders bei jemandem fürs öffentlich-sichtbare Abo bedanke und so. Was ich aber nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass die YouTubes Leute Streams, die länger als zwölf Stunden gehen, gehen nur über Stunde zwölf und alles danach wird aus dem Video rausgeschnitten. Automatisch. Das war ärgerlich. War gut. Leute, mach's mir mit dem Rauch nicht nach. Ist sowieso ungesund und teuer und ich hab ein extra E-Maut dafür. Ja, ist eine Übungsfrage, SGT. Und auch vom Rhythmus her. Aber ich muss dazu sagen, bei dem Stream bei GD3 hab ich um zwölf Uhr mittags angefangen und bis 24 Uhr war geplant. Das heißt, wir haben im Effektiv nur bis zwei Uhr gemacht. Das ging. Ich hab zwischendurch Käsetoast gegessen, weil es ging um GD3 und gut getrunken. Das ging. Ausgeschlafen war ich auch gut. Was soll das denn einfach rauscutten? Ja gut, es stand aber überall beschrieben, wenn man danach sucht. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt rausgecuttet werden kann. Es stand überall beschrieben bei YouTube in der Hilfe und so. Wusste ich halt nicht, weil man erst hat zwei Stunden streamen. Leider nichts von dir. Ich dachte, man kann nicht abwerben. Möge Gott mit dir sein. Äh, Primitz-Lawitz. Na gut, äh, noch auf die Schnelle rüber zu Teresa. Vielleicht will sie bei dem Wetter einen schönen Spaziergang machen. Man weiß ja nie. Ohne Dame. Gut. Ach, siehst du, hier draußen scheint ja auch immer noch einen Top zu essen. Den habe ich ständig vergessen, ne? Aber echt gut zu sehen, dass die Wasser- und Scheißeträger immer noch fleißig unterwegs sind. Schöneste Teil im Spiel, finde ich. Ja, also wenn sie im Regen sitzen kann, kann sie auch spazieren gehen, oder? Warte mal hier. Hallo Schatz, bin wieder da. Ich wette, du schläfst sogar in der Rüstung. Ja. Spaziergang gehen? Oh. Spaziergang machen ist nicht mehr ausgegraut. Entweder Back oder was Neues. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Es ist schon spät. Wir würden im Dunkeln heimkommen. Ein anderes Mal, ja? Schade. Na gut. Durch dich habe ich Mountain Blade Benalot angefangen und finde einfach deine Art und Weise zu zocken sehr angenehm. Dankeschön. Das ist lieb von dir. Ich wüsste gerne... Gut, kennen wir alles schon. Das wäre alles. Kleidung ist nicht kaputt. Was Bartek wieder erfahren ist, haben wir ja erfahren. Und gespielt, mehr oder weniger. Ah, da war ja auch noch was. Das ist Müllers Kiste. Und da er gestuhlene Ware nimmt. Hehehehe. Geh ich mal kurz Haierbubu machen für den Autosave. Kistelein, Kistelein an der Wand, ja? Oder hinter der Tür, die verschlossen ist. Die einzige hier in der Mühle. Ich hoffe, das ist seine Bargeldkiste, wo das Geld drin ist, was er schon durch mich verdient hat, durch die gestürmeren Sachen. Alles wieder rausziehen. Problem ist, dann kann ich ihm die Sachen nicht verkaufen erstmal. Dann nicht alles rausziehen, vielleicht was drin lassen, damit er mir was abkaufen kann. Hat er Hunger? Ah, hat er. Und wer das bringt mehr als 25? Genau 25. Nice. So, wir gehen raus. Wir müssen nur aufs Klo. Boah, es ist aber noch die Tür zu, damit nichts zu hören ist. So. Scheiße, so kompliziert. Alles klar, wir schlafen weiter. Schöne Scheiße. Ich glaube, ich werde, wenn ich rausgeschlafen habe, den Rest des Tages nicht mehr rauchen. Ich glaube, in den 12 Stunden war es ein ganzes Adwee geraucht. Das ist fast eine ganze Schachtel. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das sind jeweils, wie man ja so im Volksmund sagt, drei Minuten meines Lebens. Verkürzt. Wenn es danach geht, dann bin ich eigentlich schon Overkill. Oh. Lieber nicht drüber scherzen. So. Ja, dann guten Morgen, schöne Welt. Raus hier. Waschen. Binky. Was ist da vorne los? Sieht etwas verdrießlich aus. Ein Unglück kommt selten allein. Könnte am Genickbruch liegen. Der nie passiert ist. Offensichtlich, weil er lebt ja noch. Ja. So. Dann hoffen wir jetzt nochmal, dass jetzt wirklich alles als nicht gestohlen gekennzeichnet ist. Dann können wir mich nochmal einen schönen, fetten Reibach machen. Hü, schluck auf. Wir parken außerhalb der Brotreichweite. Damit es uns nicht sofort zumbrüllt. Bier ran wieder. Schauen wir mal. Und? Mist. Mist, 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 Mist. Nur ein paar Sachen für den Jäger. Ärgerlich. 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 Ich denke, da macht es mehr Sinn. Alles klar, Sombrero? Kriegst du? Ich denke, da macht es mehr Sinn, wenn wir beim nächsten Mal vielleicht gleich als erstes die Jagdmission machen. Mit den Innereien können wir uns ja auch wieder ein schönes Zubrot verdienen. Und mit dem Rest muss man gucken. Wie viel das dann insgesamt bringt mit dem Fleisch, was ich da abliefere. Den würde er haben. Ich habe acht davon. Lol. Das bringt ja doch mal richtig gut. Nee, da. Und dann noch die Pfeile in Masse gerechnet. Warte mal, wie ist die Markierung? Oben links immer. Das heißt, die sind nicht gestohlen. Ich hoffe. Achso, es sind eh bloß noch 30. Nee, dann nicht. Okay. Da geht man mal eine gemütliche Runde ein Bad nehmen und der ist immer noch nicht on. Nee, off meinst du. Off wolltest du beschreiben. Ich bin immer noch live, ja. So. Werdeutsch. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie... Lass uns handeln. Verkaufen. Waffen. Die acht Bögen. Er hat gar nicht so viel Klete. Scheiße. Ich habe wieder nicht hingeguckt. Ah. Ach Gott, nee. So. So. Dann wenigstens noch die Pfeile verkaufen, die ich überschüssig habe. hier drei. Einer. Wow. Hier von 60. Einer. Wow. Okay. Mist. Dann so und dann verhandeln. Lässt sich was am Preis machen? Nun. Versuchen wir es. Nee, 16 Stunden nicht. Ich mache gleich Feierabend. Schade. Ich hätte echt gerne noch alles verkauft. noch zu viel. Weil dann leeres Inventar für nächsten Stream besser vorbereitet und so, ne? Kommt. Dann an 35. Sind wir uns einig? Das klingt interessant. Gut. Dann 35. Ja, das... Geht doch. So, ich bin mir nicht mal sicher, aber ich gucke noch mal wegen dem Bogen beim Waffenschmied. Weil reparieren kann er ihn. Kaufen? Ich glaube nicht, aber ich gucke noch mal vor sich selber. Ansonsten gebe ich jetzt dem Möller den ganzen Rest da. Auch wenn es schade ist, da sind einige wertvolle Waffen dabei. Aber wenn es so ist, dann ist es jetzt erstmal so. Jetzt kommt auch so langsam der Moment bei mir, vielleicht auch in der Müdigkeit, dass die Lust mich jetzt gerade für heute verliert. Nee, dass ich die Lust verliere. So rum. Die Lust verlässt mich. So sollte es heißen. Ja. Tue nicht. Nein. 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 Nee. Verkaufen. Waffen? Nimmt er nicht. Okay. Oder auch nicht. Bregen wir den Bums jetzt zum Müller. Über zwei Stunden ist es verständlich. Ja, danke. Ich weiß echt nicht, wie es die Leute mit 24 Stunden schaffen. Hey, ich habe ja noch Pelze für die Gerberei. Moment. Ich finde, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. wird doch langsam Zeit für das Abendessen. Ja, theoretisch schon, aber wird dann eher ein Frühstück. Ich habe extra noch Brötchen für heute da. So, hier nochmal zwei Pelze. Oder Leder in dem Fall schon. Hier nochmal Leder. Hier Leder. Da Leder. Da Leder. Ich hoffe, die hat mittlerweile noch Geld für das. Letztes Mal hat sie es ja nicht gehabt. Alles klar, Jedi. Dann lasst es dir schmecken, falls wir uns heute nicht mehr sehen. Schönes Wochenende. Grüße. Ich drücke mittlerweile auch schon die X-Taste, obwohl ich die E-Taste drücken möchte. Es wird Zeit, dass ich Feierabend mache, ey. So, Sonstiges. Und zwar. Hasenpelze. Sechs Stück. Sie hat 200 Ocken. Schon wieder? Ja. Hat sie nicht beim letzten Mal auch maximal 200? Hat die irgendwie so ein Maximal-Counter oder sowas? Ah, Schlossleder. Besprechen wir den Preis. Genau. Einfach auf YouTube gucken. Geht jetzt auch wieder zwei Wochen nach ein Stück auf YouTube. einfach durch diesen Hin- und Herwechsel mit Fenrir und so, also Multiplayer mit Fenrir und Solo-Stream. Weil wir da so ein bisschen verschieben mussten. Die Pläne. Jetzt wegen der Feiertage und alles. Wie wär's damit? Aber das wird sich jetzt wieder normalisieren auf YouTube. Weil wir jetzt auch hoffentlich wieder den zwei Wochenrhythmus einhalten. Und dann müssen wir gucken, bei Suns of the Forest, wie es dann aussieht mit der Häufigkeit des Streams. Was singst du? So. Und jetzt? Ah, wieder die falsche Taste. Ah, ich seh schon. Ich werd auch beim Müller jetzt nicht alles los. Verbesserte Jagdpfeile 180. Alter Schwede. Aber sind noch gestohlen, ne? Hätte ich beim Jäger einen super Preis bekommen können. Verbesserte Langstreckenpfeile. 15 so. Wait. Hä? So. Ja, die zwei auch noch. Das noch. Das noch. Sonst nix mehr. Ach, siehste. Jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich machen wollte. Ausrufezeichen brauchst du nichts zu machen. Dafür gibt's einen kostenlosen Follower Emote. Ähm. Ja, eigentlich wollten wir auch noch Schatzkarten machen. Ich steb, ne? Ah, voll verbreilt. Na gut, können wir dann aber beim nächsten Mal machen, ne? Moinsen. Ebenso. 4,3 hat er. Alles klar. Das wird gleich scheppern in der Kasse. So. 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 Die nicht. So. Nein, die nicht. So. Äh, so. 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 Und. So. 1,3. Kriegen wir mehr raus. Sonstiges. Hab ich da vielleicht noch öch und was? Das Buch, ne. Das ist mir zu schade. Dann lieber beim Schreiber liegen, was ich jetzt schon 30.000 Mal vergessen hab. Ach, ja. Die Ringe. 1,4. Okay. Ab an den Verhandlungstisch. Lässt sich was am Preis machen? Hm. Ähm. Hm? Was sagst du da? War zu frech, schade. Ich hab schon. Abwohl. Einmal verhandeln geht noch. Darf nun nicht zu frech sein jetzt, hör. Komm. 17,50. Siehst du? Ich wusste ja. Ah. Wir haben wieder 4.200. Sehr schön. In der Kiste liegen noch 2.000. Das heißt, die Hälfte der Schenke haben wir schon, also nur reiner Betrag zum Bauen. Baukosten, also Baumaterialkosten kommen ja auch noch dazu. Aber die Hälfte haben wir. sehr schön. Das freut mich. Gut. So würde ich sagen. Mal einmal mit dem Schatzi quatschen. Schnaps. Nee, Verbände. Okay. Danke. Die ist so lieb. Na dann, noch einmal waschen. Habe ich aber noch was zu essen bei? Nee. Na gut. Na denn, machen wir jetzt speichern und beenden. Bleibt doch dran. Wir sind noch nicht fertig. Ah, ich sehe gerade Steam hat sich auch zwischendurch einmal komplett aufgehangen. Na, war wohl weltweit ein kleines Problemchen wieder unterwegs, oder? Im Internet. Nein, nicht weltweit. Ähm. gibt's denn da noch jemanden, der das gerade auf deutsch streamt? Nur ich? Nee, Moment. Hier sind noch zwei andere. Ich würde mal kurz ein Endscreen reinhauen mit ein bisschen Musik. Weil ich da erstmal gucken möchte, ob ich euch denn da getrost lassen kann, weil ich die gar nicht kenne. Dann würde ich sagen, bin ich gleich wieder da für euch. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Endscreen. Ich bin gleich wieder da. Nicht abhauen. Wir machen noch ein Wait. Ich bin gleich wieder da, Samper. Ich bin gleich wieder da. Wir können gleich Tschüssi Kowski sagen, ja? Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe einen rausgesucht, der mir sehr sympathisch wirkt. Ich glaube sogar eine andere Art und Weise genommen hat, die Quest zu lösen, denn er ist gerade im Kloster einquartiert, tatsächlich als Novize. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch auf mich zukommt oder nicht, das heißt, ich werde alles wahrscheinlich nur ganz kurz damit bei sein und dann so schnell wie möglich abhauen, wegen BSG-Spoiler und so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch für den Support, fürs dabei gewesen sein. Vor allem noch so zahlreich viele Leute noch über meinem normalen Durchschnitt, jetzt wahrscheinlich was alles locker, bis zur frühen Morgenstunde. Wir haben drei Viertel neun. Ich gehe penn, da steht fest, aber ich schicke euch rüber zu jemandem, wo ich den Rate noch nicht vorbereitet habe. Natürlich nicht, weil ich wieder sehr hoch konzentriert bin. Ja, ja. Zu einem, den ich noch nicht kannte, aber wie gesagt, auf mich recht sympathisch wird. Hat gerade nur einen Zuschauer, obwohl er schon seit drei Stunden streamt. Und ich finde, da machen wir mal ein bisschen Radau, ne? Mit, bei mir laut Anzeige, 34 Leuten, mal gucken, wie viel es wirklich werden. Ich wünsche euch gleich viel Spaß drüben beim Tobi Feierrocken. Da machen wir gleich mal ordentlich Krach. Ich habe gerade noch einen Dialog. Ich versuche es ein bisschen rauszuzögern, dass der Dialog erstmal zu Ende ist. Okay. Okay, 28 Leute. Das ist nice. Ach so. Hä? Ach so, ja, hier. Erzähl mir etwas über das Leben. Und dann schon mal vorbereiten. Arbeiten, beten, arbeiten, beten. Als ob du das nicht wüsstest. Wir dienen Gott, um zu beten. Guten Morgen schreibe ich erstmal rein. 30 Zuschauer. Wunderbar. Okay. Gehen wir rüber. Viel Spaß. Welche Rollen haben die einzelnen Mönche hier? Jemand kümmert sich um die Bibliothek. Jemand um den Garten. Der Abt überwacht alle. Und in seiner Abwesenheit der Prio. Aber die Zirkatoren sollten dich mehr interessieren. Sie sorgen dafür, dass wir uns an die Regula halten. Sie können sehr streng sein. Wenn du Strafen vermeiden möchtest, verhalte dich stets korrekt und verrichte deine Arbeit. Hallo zusammen. Der war jetzt voll überrascht. Okay. Habt ihr noch Werbung oder nicht? Weil ich warte mal. Ob die Leute noch Vorherwerbung haben oder nicht. Hi, hi. Willkommen in der Klapse. Schön. Gut. Danke für den Rate. Und. Was gibt mir die Ehre? Von wo kommt ihr? Was habt ihr gezockt? Ich kann ja mal. Warte mal. Ich kann ja mal dieses jenes machen. Warte mal. Autovervollständigung. Sei Dank. Ist das jetzt richtig? Ja, ich habe richtig geschrieben. Ach, auch gegen den Kamm. Okay. Cooler Clip. Da passiert gar nichts, oder? Okay. Auch gegen den Kamm gesuchtet. Fast 13 Stunden nach einem Stream gesuchtet. Auch streamte da. Wo ich letztens geguckt habe, war ich der einzige Streamer bei den Deutschen, der das gestreamt hat. Das ist irgendwie ein bisschen untergegangen wieder, das Game. Da spielt keiner mehr. Meine Leute feiern ein Studio. Stuli. Ja, und Pombe, hi. Und Sombrero und Medizin. Hi. Ach, er macht auch den. Schön. Weiß nicht, ob ich dich jetzt spoilere oder sowas, weil ich irgendwie vor dir bin. Boah, ich merke schon, dass ich ein bisschen müde werde. Boah. So noch Energy reinhauen. Dabei. Bin ich noch gar nicht so lange wach. Ja, ich bin hier gerade ins Klosterleben eingetreten. Okay, das kennst du noch nicht, deswegen. Ja, lass dich nicht spoilern. Danke fürs Raiden. Und ja, vielleicht gucke ich mal bei dir auch rein. Ähm... Warte mal. Ich lass dir mal ein Follow da, guck mal rein, nächstes Mal bei dir. Und je nachdem, was mir gefällt oder nicht, lass ich den Follow oder nehm ihn wieder raus. So mach ich's immer. Sehr vernünftig. Wenn einer nix für mich ist, dann nähe ich den Follow halt auch wieder weg, ne? Aber das ist ja auch klar. Mach ich nicht anders. Brauch ich dich dazu sagen. Ja, mach ich nicht anders. So. Aber wie war das denn hier bei Chatty? Wie konnte man denn... Bei Chatty? Hä, bin ich gerade blöd? Nee, mit Rechtsklick, ne? Ja. So oft mach ich das nicht, deswegen... Da kommt das Follow. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Ja, schön. Es ist dumm, dass er jedes Mal die Benachrichtigung automatisch aktiviert. Na gut. Braucht man eigentlich gar nicht, ist auch im OBS alles vernünftig drin. Aber egal. So, dann. Liebe YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, es war jetzt für euch auch interessanter, als einen Halm-Stream lang nur zu jagen. Naja, jetzt haben wir im Endeffekt zwei Viertel-Streams gejagt. Aber okay. Wir sind aber weitergekommen, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die nächste Jagdmission. Wie lukrativ die wird. Und bei der Menge an Fleisch, die geliefert werden muss, würde ich mir ein Tausi mindestens wünschen. Und das ist recht schnell gejagt, muss man dazu sagen. Also machbar an einem Tag. Das ist okay, würde ich sagen. Die Innereien und die Häute und so weiter kann man für sich behalten. Kann man woanders verkaufen und so weiter und so fort. Und ich denke, ich bin jetzt auch so weit von den Kampfskirts her, dass ich mir kleinere Lager schnappen kann. Müssen wir aber noch schauen, ob das auch wirklich gut geht. Und auch mit der Taktik, mit der ich rangehe, zwecks Bogenschießen, da muss ich definitiv noch nachziehen, damit ich auch wirklich den ein oder anderen Typen noch mit dem Bogen erwische, bevor er mich erwischt. Ja, bisschen schwierig, aber okay. Und dann halt, wenn ich maximal nur zwei Gegner habe, denke ich, komme ich recht gut zurecht. Bei drei und mehr wird es dann schon wieder schwierig, aber machbar. Haben wir ja auch schon gehabt. Aber gut, ich will es jetzt ja nicht so unnötig in Länge ziehen, nicht genau bis Punkt 9 Uhr, sondern ich sage, ich gehe jetzt in die Kurie, ich hoffe euch jetzt gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach auch beim nächsten Mal wieder rein oder morgen dann beim hoffentlich letzten Stream von The Forest. Denn danach machen wir dann hoffentlich.